Herzlich willkommen zu Tensequity Flow. Tensequity, eigentlich ein Kunstwort, zusammengesetzt aus zwei Wortstämmen. Einmal Tension, Tension die Spannung und Integrity die Integrität, das Zusammenspiel vieler Systeme im Körper. Es geht also hier viel um Spannung. Spannung und zwar richtig elektrische Spannung. Und da müssen wir noch ein Wort mit ins Spiel werfen, das ist oder ins Spiel bringen, das ist die Mechanotransduktion. Das heißt, das was wir tun, ist, wir wandeln im Prinzip mechanische Energie, also unsere Bewegungsenergie, wirklich in elektrische Impulse im Körper. Und das ist wirklich etwas sehr Spannendes, deswegen sage ich es vorweg, damit man es spürt, damit wir lernen, wo sind die Spannungen im Körper und wie laufen die Spannungen weiter. Von daher ganz viel innere Wahrnehmung, Achtsamkeit, das innere Auge mitspielen lassen. Und dann wünsche ich uns jetzt viel Spaß bei Tensequity Flow.